Herzlich Willkommen zum Workout at Home für Schauspieler und Schauspielerinnen. Ich bin Marie Kerkow vom Theater Ulm und ich habe heute eine Etude mitgebracht. Die Etude Spiele eine Katze. Ich habe dazu ganz einfache Hilfsmittel. Hier einen Weinkarton, der viel zu klein ist und eine Portion Wolle. Viel Spaß! Luxemittel Nummer 50 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.